Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen. 89. November und dem Konsum zugewandt, lasst uns hier die D-Mark lieben, wie die Maus von neben. Arn, Maior, das Sonne soll auf Chemnitz scheinen, wär ja gelacht, wenn wir uns nicht vereinen. Rettet uns und lasset uns kaufen, rettet uns und lasset uns saufen. Glück und Frieden soll beschienen, grenzenlos und ohne Minen ist es nicht ein schönes Land. Komm, Bessi, gib mir deine Hand. Ich bleibe bei meiner These, zeitlich, wie ich zugeben muss, etwas verlängert, dass wir hier den Aufbau schaffen werden, dass die Menschen ihre Chance bekommen. Es geht langsamer, aber wir packen das. Wir packen das. Wir packen das. Tja, so ist es eben im Leben, wie man sich doch irren kann. Wie gewonnen, so zerronnen, unser reiches Güterland. Mallorcas Sonne wird nie auf Chemnitz scheinen, das soll nicht heißen, dass wir uns nicht vereinen. Warum ist denn in den Köpfen noch die Mauer? Hey Leute, seid doch nicht immer so sauer. Lasst uns tanzen, lasst uns singen, gemeinsam um den Wohlstand ringen. Ist es nicht ein schönes Land? Komm, Bessi, gib mir deine Hand. Wart nur bis der Euro kommt, dann nutzt die Reisefreiheit nix. Einig Güterland, komm, Bessi, gib mir deine Hand.